Herzlich willkommen zu diesem Lernvideo über die komplexen Zahlen. Wir schauen uns heute gemeinsam das Rechnen mit komplexen Zahlen an, also die verschiedenen Grundrechenarten, die du bereits aus den reellen Zahlen kennen solltest. Die Addition, die Subtraktion, die Multiplikation und die Division. Zunächst habe ich dir wieder einen Überblick zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und welche Ziele wir gemeinsam heute haben. Was sollst du bereits kennen? Wichtig ist mir die Struktur der komplexen Zahlen, dass du weißt, dass jede komplexe Zahl aus einem Realteil und einem Imaginärteil besteht. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass du rechnen kannst, das heißt addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren, dass du bereits aus der Volksschule kennst. Welche Ziele haben wir heute gemeinsam? Ganz wichtig ist, dass du nach diesem Video mit komplexen Zahlen addieren, subtrahieren und multiplizieren kannst. Diese drei wichtigen Grundrechnungsarten beherrscht. Da gibt es jeweils immer eine eigene Vorgehensweise, die wir gemeinsam besprechen. Und ganz wichtig ist auch, dass du mit komplexen Zahlen dividieren kannst. Dazu müssen wir aber die konjugiert komplexe Zahl einführen bzw. definieren. Denn nur mit Hilfe dieser konjugiert komplexen Zahl bringen wir es auch zustande, dass die Division zweier komplexer Zahlen in der normalen komplexen Form a plus b mal i dargestellt werden kann. Welche Grundrechnungsarten schauen wir uns an? Gegeben haben wir zwei komplexe Zahlen, z1 und z2. Und wir schauen uns gemeinsam zunächst die Addition, z1 plus z2 an, dann die Subtraktion, z1 minus z2 und die Multiplikation, z1 mal z2. Ganz wichtig ist hier zu sagen, dass das Ergebnis von diesen Rechenoperationen wiederum eine komplexe Zahl ist, also wiederum in c enthalten ist. Die vierte Rechenoperation ist die Division z1 durch z2. Hierbei ist es wichtig, dass die zweite komplexe Zahl z2 ungleich 0 ist, da wir im Nenner nicht die 0 haben dürfen. 0 ist im Nenner nicht erlaubt. Und diese Division können wir mithilfe der konjugiert komplexen Zahl ausführen, wobei wir mithilfe der konjugiert komplexen Zahl den Nenner und den Zähler erweitern. Mehr dazu zeige ich dir später. Wir beginnen bei der Addition zweier komplexer Zahlen. Gegeben haben wir zwei komplexe Zahlen, z1 gleich a plus b mal i und z2 c plus d mal i, mit einem eigenen Realteil jeweils und einem eigenen Imaginärteil. Wobei hier die Zahlen a, b, c und d reelle Zahlen sind, so wie wir es bereits aus der Definition von komplexen Zahlen kennen. Was möchten wir jetzt machen? Wir möchten diese beiden Zahlen z1 und z2 addieren. Das heißt a plus b mal i plus c plus d mal i. Wie schaffen wir das? Das ist jetzt unsere Frage. Wie können wir diese Addition von zwei komplexen Zahlen durchführen? Wenn wir uns diesen Ausdruck so anschauen, dann ist es sicher hilfreich, die Klammern auflösen. Das heißt, wir lösen die Klammern jetzt zunächst einmal auf. und fassen dann jeweils den Real- und den Imaginärteil zusammen. Das möchte ich dir anhand eines Beispiels erklären. Wir haben jetzt zwei komplexe Zahlen gegeben, 3 plus 2i und die zweite komplexe Zahl, minus 1, minus i. Und unser Ziel ist es jetzt, die Addition auszuführen. Das heißt, 3 plus 2i plus minus 1, minus i. Wie wir das machen, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich habe dir bereits gesagt, wir lösen hier die Klammern auf. Das heißt, 3 plus 2i. Und hier können wir die Klammern ohne Gefahr auflösen, denn hier haben wir ein positives Vorzeichen. Also ändern sich die Vorzeichen in der Klammer nicht. Das heißt hier minus 1, minus i. Das kennen wir bereits aus dem Rechnen mit Termen, beziehungsweise mit Variablen, wo wir Klammern auflösen können unter der Beachtung des jeweiligen Vorzeichens. Wir fassen diese Ausdrücke einfach als Variablen, als Zahlen auf und diese als Variablen und Zahlen auf und können damit, wie wir es bereits gewohnt sind, beim Rechnen mit Variablen diese Klammern auflösen. Und jetzt ist unser Ziel, dass wir die beiden Realteile und die beiden Imaginärteile zusammenfassen. Das heißt, 3 und minus 1 fassen sich zusammen. Das heißt, 3 minus 1 und 2i fassen sich mit minus i zusammen und erhalte dann schlussendlich 2 plus i als Ergebnis. Das heißt, das Ziel ist es jetzt nun, bei der Addition die Klammern aufzulösen und dann den Real- und den Imaginärteil der komplexen Zahl zusammenzufassen. Damit haben wir wieder eine komplexe Zahl in der Form a plus b mal i gegeben, hier in diesem Fall mit dem Realteil 2 und dem Imaginärteil 1. Schauen wir uns die zweite Rechenoperation an, die Subtraktion. Hierbei wollen wir die beiden Zahlen z1 und z2 miteinander subtrahieren, das heißt, a plus b mal i minus c plus d mal i. Doch wie funktioniert das? Wie können wir das ausrechnen? Das ist jetzt unsere Frage. Die Subtraktion funktioniert ähnlich wie die Addition oder fast analog dazu, dass wir auch diese Klammern auflösen. Nur hier müssen wir darauf achten, dass wir vor der zweiten Klammer ein negatives Vorzeichen bekommen. Also sich dieses Vorzeichen auf die Vorzeichen in der Klammer auswirkt. Schauen wir uns dazu wiederum das Beispiel an. z1 gleich 3 plus 2i und z2 minus 1 minus i. Jetzt wollen wir diese beiden Zahlen miteinander subtrahieren, das heißt, 3 plus 2i minus minus 1 minus i. Wir lösen wiederum die Klammern auf, aber jetzt unter der Beachtung, dass wir hier ein negatives Vorzeichen haben. Also insgesamt bekommen 3 plus 2i und dieses negative Vorzeichen ändert jedes Vorzeichen in der Klammer, also hier plus 1 und hier plus i. und der nächste Schritt ist jetzt nun wieder, dass wir die beiden Realteile und die beiden Imaginärteile getrennt voneinander zusammenfassen, also insgesamt bekommen 3 plus 1 plus 2i plus i und damit erhalten wir insgesamt 4 plus 3i. Also wir haben es wiederum geschafft, indem wir die Klammern aufgelöst haben und die beiden Realteile und die Imaginärteile getrennt voneinander zusammengefasst haben, dass wir eine komplexe Zahl des Ergebnisses bekommen, die die Form a plus b mal i hat. Das heißt Realteile und Imaginärteile nach dem Klammer auflösen zusammenfassen. Schauen wir uns die dritte Operation an, die Multiplikation. Wir haben wiederum zwei komplexe Zahlen z1 und z2 gegeben und wir wollen nun die beiden komplexen Zahlen miteinander multiplizieren. a plus b mal i mal c plus d mal i. Wie funktioniert nun das? Wie können wir zwei komplexe Zahlen miteinander multiplizieren? Hier eignet sich wiederum eine gute Rechenregel, die wir bereits aus dem Rechnen mit Variablen und Termen kennen und zwar das Ausmultiplizieren der Klammern. Dieses Ausmultiplizieren der Klammern funktioniert so, dass wir jeden Ausdruck in den jeweiligen Klammern mit den anderen Ausdrücken in den Klammern multiplizieren. Jeden Term mit jedem. So funktioniert das Klammern ausmultiplizieren. Schauen wir uns dazu wiederum ein Beispiel an. 3 plus 2i und die zweite komplexe Zahl minus 1 minus i. Wir wollen diese beiden komplexen Zahlen nur miteinander ausmultiplizieren. Das heißt 3 plus 2i mal minus 1 minus i. Und es funktioniert, indem wir die Klammern ausmultiplizieren. Jeden Ausdruck mit jedem. Das heißt 3 mal minus 1. 3 mal minus i ergibt minus 3i. Plus 2i mal minus 1 ergibt minus 2i. Und 2i minus i ergibt minus 2 mal i mal i, also i Quadrat. Und wiederum ist die Vorgehensweise, dass wir die Realteile zusammenfassen und die Imaginärteile zusammenfassen. Wobei wir hier beachten müssen, dass dieser Ausdruck i Quadrat gleich minus 1 ist. Also bekommen wir insgesamt 3 mal minus 1 ergibt minus 3i. Und hier minus 2 mal minus 1 ergibt plus 2i. Und hier minus 5i. Das kann ich bereits hier zusammenfassen. Und ich bekomme hier insgesamt minus 1 minus 5i als Ergebnis. Als Ergebnis bekomme ich wiederum eine komplexe Zahl in der Form a plus b mal i. Das heißt, ich muss hier die Klammern ausmultiplizieren. Aufpassen, dass das i Quadrat minus 1 ist. Und dann Realteil und Imaginärteil getrennt voneinander zusammenfassen. Dann erhalte ich wiederum eine komplexe Zahl in der Form a plus b mal i. Hier ist a minus 1 und b minus 5. Schauen wir uns die letzte Rechenoperation gemeinsam an. Die sogenannte Division. Gegeben sind wiederum zwei komplexe Zahlen z1 und z2. Und ich möchte nun diese beiden komplexen Zahlen miteinander dividieren. Das heißt a plus b mal i dividiert durch c plus d mal i. Doch wie funktioniert nun das? Ich brauche jetzt etwas, damit ich den Nenner komplex freibringe. Das ist das Ziel unserer Rechnung. Und dazu führen wir die konjugiert komplexe Zahl z quer ein. Das werden wir gleich machen. Doch zunächst sage ich dir, was das überhaupt für einen Sinn hat. Wenn ich mit der konjugiert komplexen Zahl hier den Zähler und den Nenner erweitere, dann schaffe ich es, dass unten im Nenner durch diese Multiplikation eine rein reelle Zahl entsteht. Und das ist auch der Sinn, warum ich jetzt eine konjugiert komplexe Zahl hier einführe. Schauen wir uns diese Definition jetzt gemeinsam an. Diese Definition hast du auch am Arbeitsblatt. Zu jeder komplexen Zahl z gleich a plus b mal i gibt es eine eindeutige komplex konjugierte Zahl z quer gleich a minus b i. Das heißt, die konjugiert komplexe Zahl entsteht aus der komplexen Zahl, indem ich das Vorzeichen des Imaginärteils ändere. Sollte ich bei der komplexen Zahl ein positives Vorzeichen vom Imaginärteil haben, ein Plus, habe ich bei der konjugiert komplexen Zahl ein Minus als Vorzeichen beim Imaginärteil. Wenn ich bei der komplexen Zahl ein Minus beim Imaginärteil habe, habe ich bei der konjugiert komplexen Zahl ein Plus als Vorzeichen. Das heißt, die konjugiert komplexe Zahl entsteht nur durch das Ändern des Vorzeichens beim Imaginärteil. Das nennt man auch Konjugation dieser komplexen Zahl. Doch was hat das für einen Sinn? Was passiert, wenn ich jetzt z mit z quer multipliziere? Das heißt, wenn ich jetzt a plus b mal i mal a minus b mal i miteinander multipliziere. Ich habe hier bereits diese Rechnung aufgeschrieben bzw. die Klammern ausmultipliziert. a Quadrat plus a mal b mal i minus a mal b mal i minus b Quadrat mal i Quadrat. Das i Quadrat ist wiederum minus 1 und das a mal b mal i fällt weg, weil ich es einmal positiv und einmal negativ habe. Also bekomme ich insgesamt a Quadrat plus b Quadrat. Das heißt, wenn ich jetzt die komplexe Zahl mit der konjugiert komplexen Zahl multipliziere, bekomme ich als Ergebnis den Realteil Quadrat plus den Imaginärteil Quadrat. Das ist eine ganz, ganz wichtige Formel. Und diese Zahl ist rein reell, da a und b zwei reelle Zahlen sind. Und diese Multiplikation hat jetzt folgenden Sinn, dass ich den Nenner bei der Division von zwei komplexen Zahlen rein reell mache. Schauen wir uns dazu ein Beispiel wiederum an. Und zwar 3 plus 2i und minus 1 minus i. Und wir wollen jetzt diese beiden komplexen Zahlen miteinander dividieren. Und jetzt mache ich folgendes, dass dieser Bruch sich nicht ändert, wenn ich mit 1 multipliziere. Denn jede Zahl mit 1 multipliziert jetzt die Zahl selbst. Und 1 kann ich aber auch anschreiben als 1 plus, äh, minus 1 plus i durch minus 1 plus i. Im Zähler und im Nenner habe ich jetzt dieselbe Zahl. Diese Zahl hier ist 1. Ich habe mit 1 erweitert. Doch was habe ich bekommen? Ich habe die konjugiert komplexe Zahl unten im Nenner bekommen. Natürlich muss ich dann auch oben mit der konjugiert komplexen Zahl multiplizieren. Aber jetzt bringe ich es zustande, wie wir bereits aus der vorhergehenden Rechnung gesehen haben, dass die komplexe Zahl mit der konjugiert komplexen Zahl eine rein reelle Zahl ergibt. Wie werden jetzt Brüchen miteinander multipliziert, indem der Zähler multipliziert wird und der Nenner multipliziert wird? Also das heißt, wir multiplizieren den Nenner, den Zähler miteinander. Das heißt, minus 3 plus 3i minus 2i plus 2i Quadrat. Und durch jetzt die Multiplikation von der komplexen mit der konjugiert komplexen Zahl. Da haben wir bereits gesehen, dass das der Realteil zum Quadrat ist. Das heißt, minus 1 Quadrat plus der Imaginärteil zum Quadrat ist. Das heißt, minus 1 zum Quadrat. Denn der Imaginärteil ist hier minus 1. Also erhalte ich insgesamt, wenn ich hier wiederum i Quadrat als minus 1 auffasse, das Ergebnis minus 3 minus 2 plus i. Hier habe ich bereits die beiden Imaginärteile zusammengefasst. Durch 1 Quadrat plus 1 Quadrat wäre ich hier 2. Also insgesamt minus 5 plus i halbe. Das kann ich hier jetzt noch einmal vereinfachen, indem ich den Nenner sowohl auf den Realteil als auch auf den Imaginärteil anwende. Das heißt, den Bruch auseinanderziehe. Minus 5 halbe. plus 1 halbes mal i. In dieser Division habe ich es nun zustande gebracht, dass das Ergebnis wiederum die Form a plus b mal i besitzt. In diesem Fall a wäre minus 5 halbe, b wäre 1 halbes. Das habe ich nur dadurch geschafft, dass ich mit der konjugiert komplexen Zahl oben im Zähler als auch im Nenner erweitert habe und damit wird der Nenner rein reell, also komplexfrei. Schauen wir uns dazu eine Übung an, die du auch am Arbeitsblatt hast. Gegeben sind die beiden komplexen Zahlen z1 4 plus 2i und z2 3 minus 5i. Stelle z1 plus z2 minus z2, z1 minus z2, z1 mal z2, 1 durch z2 und z1 durch z2 jetzt in der Form a plus b mal i dar. Das heißt, du darfst bei der Division nicht vergessen, dass der Nenner rein reell werden soll. Versuche diese Aufgaben nun selbst zu lösen, indem du diese Grundrechenarten Schritt für Schritt ausführst. Du kannst das Video hierzu stoppen. Versuchen wir gemeinsam, diese Grundrechenarten auszuführen. Erstens die Addition, das heißt z1 plus z2, das würde sein 4 plus 2i plus 3 minus 5i. Und wir haben bei der Addition bereits gesehen, dass wir die Klammern auflösen müssen und dann den Real- und den Imaginärteil zusammenfassen. Das heißt, wir bekommen hier 4 plus 2i plus 3 minus 5i. Und jetzt fassen wir Realteil und Imaginärteil getrennt voneinander zusammen. 4 plus 3 ist 7 und 2i minus 5i wäre insgesamt minus 3i. Schauen wir uns das zweite an. Minus z2, das heißt ich muss vor der zweiten komplexen Zahl ein Minus hinschreiben. Minus 3 minus 5i. Dieses negative Vorzeichen ändert jedes Vorzeichen in der Klammer. Also erhalte ich insgesamt Minus 3 plus 5i. Hier muss ich nur die Vorzeichen ändern und schon bekomme ich die komplexe Zahl Minus z2. Schauen wir uns die Subtraktion von z1 minus z2 an. Dann wäre das insgesamt 4 plus 2i minus 3 minus 5i. Hierbei muss ich auch wiederum die Klammern auflösen. Ich muss aber hier aufpassen auf das negative Vorzeichen, denn das negative Vorzeichen ändert jedes Vorzeichen in der Klammer. Also bekomme ich insgesamt 4 plus 2i. Minus 3 plus 5i. Und jetzt fasse ich den Realteil und den Imaginärteil getrennt wieder voneinander zusammen. Also bekomme ich 4 minus 3, bekomme ich 1. Und 2i plus 5i. Und dann bekomme ich insgesamt plus 7i. Das heißt, bei der Addition und bei der Subtraktion geht es vor allem darum, die Klammern aufzulösen, Achtung auf das Vorzeichen und dann den Realteil und den Imaginärteil getrennt voneinander zusammenzufassen. Schauen wir uns die Multiplikation an. Das heißt, z1 mal z2. Dann bekomme ich insgesamt 4 plus 2i mal 3 minus 5i. Und wie wir bereits bei der Multiplikation gesehen haben, müssen wir hier die Klammern ausmultiplizieren, jeden Ausdruck mit jedem multiplizieren und dann den Realteil und den Imaginärteil getrennt voneinander zusammenfassen. Wenn ich hier das mache, bekomme ich 4 mal 3 ist 12. 4 mal minus 5i ergibt insgesamt minus 20i. 2i mal 3 ergibt plus 6i. Und 2i mal minus 5i ergibt minus 10i². Das i² ist jetzt nun wieder minus 1. Also bekomme ich hier minus 10 mal minus 1. Also bekomme ich insgesamt plus 10. Ich erhalte damit insgesamt 12 plus 10. Und minus 20i plus 6i fasse ich bereits zusammen. Das würden sein minus 14i. Insgesamt bekomme ich dann 22 minus 14i. Ich habe es also geschafft, durch das Ausmultiplizieren der Klammer und durch das zusammenfassende Real oder das Imaginärteils, die Multiplikation wieder auf eine komplexe Zahl zurückzuführen, in der Form a plus b mal i mit a ist gleich 22 und b ist gleich minus 14. Schauen wir uns dann jetzt die Division an, von 1 durch z2, also als fünfte Rechenoperation. 1 durch z2. Das würde insgesamt sein 1 durch 3 minus 5i. Und bei der Division von komplexen Zahlen muss ich mit der konjugiert komplexen Zahl des Nenners erweitern. Das heißt oben mit 3 plus 5i, denn das wäre die konjugiert komplexe Zahl des Nenners. und unten natürlich auch mit 3 plus 5i. Und das ist gleich oben, ändert sich eigentlich jetzt nichts. Wenn ich den Zähler miteinander multipliziere, dann bekomme ich 3 plus 5i. und unten bekomme ich, wenn ich die komplexe Zahl mit der konjugiert komplexen Zahl multipliziere, den Realteil Quadrat, das wäre in diesem Fall 3 Quadrat, und den Imaginärteil Quadrat, plus minus 5 Quadrat. und das würde sein 3 plus 5i durch 9 plus 25, das wäre 34. Also bekomme ich insgesamt heraus, wenn ich jetzt diesen Bruch auseinanderziehe, 3,34 plus 5,34 mal i. Und das ist jetzt wieder eine komplexe Zahl in der Form a plus b mal i. Das heißt, durch das Erweitern mit der konjugiert komplexen Zahl im Nenner und im Zähler bekomme ich eine komplexe Zahl heraus mit a gleich 3,34 und b 5,34. Schauen wir uns die letzte Rechenoperation an. Letzte Aufgabe. Z1 durch Z2 das würde 4 plus 2i durch 3 minus 5i sein und hierbei muss ich wiederum mit der konjugiert komplexen Zahl des Nenners erweitern. also hier mal 3 plus 5i durch 3 plus 5i. Jetzt multipliziere ich den Zähler aus und den Nenner. Den Zähler multipliziere ich aus wieder mit jeden Term mit jedem. Das heißt 12 plus 20i plus 6i plus 10 mal i mal i also mal i² und ich muss dividieren durch diese Zahl haben wir bereits ausgerechnet. Das wäre oben 34. Diese komplexe Zahl mit der konjugiert komplexen Zahl würde uns auf 34 führen. wiederum i² wäre minus 1 hier fasse ich wiederum den Real- und den Imaginärteil zusammen das heißt 12 jetzt minus 10 denn plus 10 mal minus 1 wäre minus 10 das heißt 12 minus 10 plus 26i durch 34 und das würde sein 2 plus 26i durch 34 und wenn ich jetzt wiederum den Bruch auseinanderziehe dann bekomme ich 2 34 ich kann das jetzt noch kürzen ich kann den Real- und den Imaginärteil kürzen und erhalte dann wenn ich beide mit durch 2 kürze 1 durch 17 1 17 plus 13 mal i das ist nun wiederum eine komplexe Zahl in der Form a plus b mal i mit a gleich 1 17 und b gleich 13 17 das heißt bei der Division von zwei komplexen Zahlen muss ich mit der konjugiert komplexen Zahl des Nenners sowohl im Zähler als auch im Nenner erweitern die beiden Zähler und die beiden Nenner miteinander ausmultiplizieren und Realteil und Imaginärteil im Zähler zusammenfassen und dann vielleicht das Ergebnis noch vereinfachen indem du auch kürzt diese Rechenoperationen die Addition die Subtraktion die Multiplikation die Division sind ganz wichtig für das Rechnen mit komplexen Zahlen in unserem nächsten Video werden wir uns gemeinsam den Betrag einer komplexen Zahl anschauen und auch gemeinsam das Addieren das Subtrahieren das Multiplizieren und das Dividieren grafisch in der komplexen Zahlenebene veranschaulichen ich freue mich darauf durchsifiers Not energikation veranschaulichen bei bei strappisch in die veranschaulichen Vielen Dank.